Wir sind der Tod. Also ja, entweder warten wir jetzt wirklich ab, bis unsere ganzen Nekromanten über uns sind. Wir sind der Tod. Wir sind der Tod. Weil das hat jetzt sowas von gar nicht gefruchtet. Wir sind der Tod. Wir sind der Tod. Wir sind der Tod. Ich könnte natürlich auch dieses Mal einfach jetzt mich durchboxen. Eine andere Möglichkeit habe ich jetzt gerade nicht. Auf mein Kommando. Als alles was ich habe irgendwie zu opfern. Und dann später irgendwann mal, wenn ich die nächste Elfenruhne habe. Also wenn wir das Finsterwerke-Gebirge abgeschlossen haben, wir noch mal eine Elfenarmee aufbauen mit... gibt es gibt ja hier Eisen. Es gibt ja hier Eisen. Ja, hier gibt es Lenya, wenn auch nur ein bisschen Lenya. Ja, außer hier weiter oben gibt es noch mal Lenya, aber... Ja, hier gibt es noch ein bisschen Lenya. Ja, hier gibt es noch ein bisschen Lenya. Und ja, ich hätte den letzten Teil des Mosaiks einfach allgemein auf später verschieben können. Wenn ich eine Elfenruhne gehabt hätte, aber... Ich weiß halt auf jeden Fall, die nächste dunkle Elfenruhne, die ich kriege, ist am Schluss. Das heißt, da brauche ich gar nicht drauf fahren. Ich habe mich gar nicht darauf gegeben, dass ich hier um einen Schuss auf der Schuss herge ausfüllen kann. Und dann, die hier stehen lassen und dann.... D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die andere Möglichkeit, die ich alt habe, ist, mich noch ein Stück weiter zurückzuziehen und zu hoffen, dass ich noch weniger auf einmal aggroen könnte. Aber da tun wir vorher mal wieder speichern, damit wir nicht schon wieder alle Truppen neu rufen müssen, weil es doch wieder schief geht. Sie sind halt alle so stark. Norr ist mit uns. Norr ist mit uns. Endlich. Das sind halt optionale Mosaikgegner. Mosaikgegner sind allgemein immer so stark. Für die Schlacht ist nahe. Lassen wir sie nicht warten. Silbern glitzert der Tod. Okay, speichern wir mal drüber. Ruhm und Ehre, lassen wir sie nicht warten. Die Schlacht ist nahe. Silbern glitzert der Tod. Vorwärts, Krieger! Ruhm und Ehre. Vorwärts, Krieger! Der Tod ist nur der Hass mit uns. Was wünscht ihr ohne? Zu Befehl unverzüglich. Eure Gegenwehr ist vergebens. Für die Macht Norrs, ein feiger Angriff. Ein feiger Angriff. So, selbst wenn es nur auf die Art und Weise ist. Endlich. Silbern glitzert der Tod. Endlich. Hallo, dürfen wir die noch mal verhindern? Norr ist mit uns. Lassen wir sie nicht warten. Lasst uns kämpfen. Danke. Danke. Die Schlacht ist nahe. Selbst wenn es nur auf die Art und Weise ist, dass wir das einzelnen Gegner machen. Hauptsache, wir werden sie los. Vorwärts, Krieger! Endlich. Ruhm und Ehre. Vorwärts, Krieger! Ruhm und Ehre. Endlich. Silbern glitzert der Tod. Ruhm und Ehre. Jetzt bin ich wohl zu schnell weggerannt. Die Schlacht ist nahe. Endlich. Ruhm und Ehre. Die Schlacht ist nahe. Lassen wir sie nicht warten. Silbern glitzert der Tod. Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre. Schläge und Müde. Was wünscht die Rune? Auf dem Weg. Hm. Die kommen auch nicht so weit rausgerannt, blöderweise. Die Rune befiehlt. Zu Befehl. Äh, nein. Nicht gut. Die Rune befiehlt. Wird sofort ausgeführt. Zu Befehl. Auf dem Weg. Euch da oben wollte ich nicht haben. Alles klar. Für die Macht Nors. Wir sind der Tod. Ruhm und Ehre. Für die Macht Nors. Wir sind der Tod. Lassen wir sie nicht warten. Lasst uns kämpfen. Gebt euren Befehl. Vorwärts Krieger. Ruhm und Ehre. Für die Ehre. Vorwärts Krieger. Für die Macht Nors. Lassen wir sie nicht warten. Silbern glitzert der Tod. Endlich. Das war jetzt so ein... Eine Plage oder ein Herr des Mosaiks war das auf jeden Fall. Das ist ein Skelett her der Rache. Nors ist mit uns. Endlich. Vorwärts Krieger. Hauptsache sind nicht wieder alle jetzt gleich die da... Silbern glitzert der Tod. Ruhm und Ehre. Ich stehe nur zum Glück zwei Ketzler-Skelette. Ein feiger Angriff. Ey und die kriegen wir sogar relativ gut runtergeprügelt. Ein feiger Angriff. Die Rune ruft auf dem Weg. Sogar ohne Verluste. Wir sind der Schlacht ist nah. Ja, wir haben jetzt ein paar stark angeschlagene Schattenklingen. Auf dem Weg. Unverzüglich. Für die Macht Nors, Ruhm und Ehre lassen wir sie nicht warten. Wir sind der Schlacht ist nahe. Aber das ist halb so wild. Die sind eh Kanonfutter. Vorwärts Krieger. Endlich. Und ja, ich spiele das jetzt hier rechts safe. Vorwärts Krieger. Safe aus. Die Schlacht ist nahe. Silbern glitzert der Tod. Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre. Lassen wir sie nicht warten. Die Schlacht ist nahe. Schließt die Reihen. Eure Gegenwehr ist vergebens. Nor wird uns rächen. Eure Gegenwehr ist vergebens. Das kützt sich. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Die Linien dürfen nicht brechen. Um alles kaputt machen. Ein feiger Angriff. So, das Ketz, alles Ketz, das Skelett ist weg. Das zweite ist auch schon weg. Eure Gegenwehr ist vergebens. Das muss nur noch der Mosaikmagier weg. Hey, dann haben wir fast den Eingang. Die Linien dürfen nicht brechen. Freigeräumt. Hey, halt auch still. Das wieder ohne Verluste. Ein ehrloser Hinterhalt. Die Linien dürfen nicht mehr allein aus. Hey! Ciao! Vielen Dank.